In der Ukraine entwickelt sich eine schwere menschenrechtliche und humanitäre Katastrophe. Die ukrainische Regierung, die im Februar 2014 die Macht übernahm, führt einen brutalen militärischen Angriff gegen die Bevölkerung im Südosten des Landes. Das Assoziierungsabkommen, das die Regierung am 30. Juni 2014 unterzeichnete, und ihr Austeritätsprogramm kündigen eine scharfe Reduzierung des Lebensstandards an und zerstören effektiv die Industrie, die weitgehend im Südosten lokalisiert ist. Die ukrainische Regierung schließt rechtsextreme Kräfte mit ein und eine der ersten Maßnahmen ihres anfänglichen Extremismus danach zurückgezogen, bestand darin, ukrainisch zur einzigen offiziellen Sprache zu machen und damit die Sprachrechte von Millionen russisch, ungarisch und anderssprachiger zu verletzen. Diese Regierung wurde von den Regierungen der USA, Englands und der EU sofort anerkannt und im großen Maße finanziell, logistisch, diplomatisch und militärisch unterstützt, in der Absicht, die Ukraine für internationale Investitionen von Finanzen und Kapital zu öffnen. Die USA will darüber hinaus ihre lange verfolgten Ziele weiter fördern, Russlands Einfluss in der Eurasischen Region einzuschränken, indem sie benachbarte Länder in den Einflussbereich der NATO zieht. Das kann die Region nur weiter destabilisieren. Menschen, die gegen die Kiewer Regierung protestierten, wurden verhaftet, ins Gefängnis gesperrt, angegriffen und ins Exil getrieben. Einer der schlimmsten Fälle von Gewalt waren die Erschießungen und der Mord von wenigstens 48 Demonstranten in Odessa am 2. Mai. Die Menschen in der Südostukraine haben versucht, sich angesichts des gewaltsamen Vorgehens der Kiewer Regierung selbst zu schützen. Ihre friedlichen Demonstrationen gegen das Austeritätsprogramm und ihre Forderungen nach Autonomie wurden von bewaffneten Banden, von faschistischen, paramilitärischen Kräften und von der neuen Nationalgarde gewaltsam beantwortet, deren Mitglieder zu großen Teilen aus den Parteien der äußersten Rechten kommen. In einem Referendum stimmte die Bevölkerung im Südosten der Ukraine mit überwältigender Mehrheit für Selbstverwaltung und deklarierte die unabhängige Volksrepublik in Lugansk und Donetsk. In dem die Kiewer Regierung versucht, diese Gebiete zurückzugewinnen, ist sie dabei, deren Bewohner zu töten und ihnen Zugang zu Nahrung, Wasser und medizinischer Versorgung zu nehmen. Wir, Repräsentanten der Bevölkerung des Südostens und der zentralen Ukraine, sowie Vertreter aus Netzwerken der internationalen Solidarität mit dem Widerstand gegen den Krieg in der Ukraine, appellieren für eine dringende weltweite Aktion. Wir rufen auf 1. zur sofortigen Beendigung des Krieges der Kiewer Regierung 2. zu direkten Gesprächen zwischen Kiew und den Repräsentanten der Donetsker und Lugansker Republik 3. zu einer sofortigen Beendigung der Verletzung von Menschenrechten durch die Kiewer Regierung 4. zur Bildung einer internationalen Solidaritätsbewegung für die unmittelbaren und langfristigen Bedürfnisse der Menschen, die derzeit unter den Angriffen stehen, zur Bildung von Fonds für humanitäre Hilfe und die Unterstützung ihres politischen Kampfes mit gewaltlosen Mitteln. Wir rufen dazu auf, öffentlich zu machen, was tatsächlich in der Region geschieht. 5. zu einer internationalen Untersuchung durch Juristen und Menschenrechtsanwälten über die Menschenrechtsverletzungen und Kriegsverbrechen, die im Verlauf dieses Krieges begangen worden sind. 6. zu einer Beendigung der gegenwärtigen und geplanten Austeritätspolitik 7. zu einer Beendigung der militärischen NATO, EU und USA Unterstützung für diese Regierung 8. zu einem sofortigen Abbruch der NATO-Manöver in der Ukraine und in Zentral- und Osteuropa, die darauf gerichtet sind, weitere materielle und moralische Unterstützung für die Kiewer Regierung und ihren Bürgerkrieg zu geben 9. zu einem internationalen Protest gegen den NATO-Gipfel in Wales im September 9. zu einem neuen Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020